Wir sind hier auf der Anderson Air Base, im Hul und wollen mal ein bisschen das Ding fliegen. Wir haben ein paar Feinde, nicht weit weg hier, nördlich von uns. Hier noch ein anderes Quadron, das gerade startet. Ich habe versucht, da mal ein bisschen was auf Vietnam-Style zu machen, was eigentlich ziemlich geil ist bei den Mariannen hier, betreffend Palmen und so weiter. Schauen wir hier mal, was Sache ist. Schalten das Teil hier an. Das nervige Ding aus. Die Low RPM Warning. Gehen auf den ISS-Bus, die AC-Phase. Ich kommentiere jetzt hier nicht jeden Knopf, das kann man nachlesen. Gibt es Wichtigeres. Wollen wir mal gucken hier auf 2.69. Ist, glaube ich, ein recht cooler Sender. Schauen wir mal das Ding hier an. Schauen wir mal das Ding hier an. Schauen wir mal das Ding hier an. Blitz! Wehr on a Double-Cross Take this time you lost You deserve everything you get Naisa Chevy, 1-1 Chevy, 1-1, clear contact Schauen wir uns mal was an. Das hier eben links und kreis, die wir jetzt hier in der Rasse sind ja hier in der Rasse. Wir haben da halt die BK. Ja, das ist alles. Wie gesagt, ich fiel eigentlich immer vr, aber zum Aufgeben ist es aber nicht auf jeden Fall besser. Wenn auch ein Profi, gleich gewohnt, also dieses Gemacken hier. Ah gut, da kommt es einfach noch hoch. Das Wingman hier. Der Squad ist schön in der Luft. Stand. Ganz schön, die geile Atmosphäre sind ja auch. Cool, mit der Bokeh hier auch. Jetzt kommt es in 2.1. Auf der Schöne, das ist ja. Das ist mein Vorfahrzeug. Oh, ich denke wir hier mal nochmals. Ja. Wenn wir die z nächsten Mal schauen, die wir mal sehen, wie die Menschlich leer ist. Ja, ich denke wir hier sehen. Wir gehen mit den Finkbein-Specker. Ja, wir gehen hin. Wir sehen uns auf der Darmlandsd relents. Wir sehen uns auf der Darmlandsdorf. 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 Das ist ein bisschen auf der Seite. Blood Rock 2, Level Cross. Good evening again ladies and gentlemen, this is your host for the next three hours of horned acid rock music, Dave Rabbit. And my studio engineer, Pete Sadler. For those of you who have just recently come into the Republic of Vietnam, I'd like to give you a little information about it so your mind won't be quite so blown when you hear such words as fuck and words of that nature. We're an underground regular station here, and we say what we feel like saying, and we bring the truth to the first termers in the Republic of Vietnam. We also bring you hot acid rock music, all through the night. The up-to-date music of today's American youth. The up-to-date music of the URF. Carlos Santana, Eagleways. It's the son of the bull, definitely. The sun will be on the bull. 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 Das war's für heute, das war's für heute. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ist die Medien erreicht, wenn ich das sage. Die treiben jetzt auf jeden Fall mal hier die LKWs an die Jungs bestehen. Dann sagen wir doch bei den Jungs, es soll ihnen das geben. Das ist die LKW, das ist die LKW. Wenn wir das gleich aufgeräumt haben hier. Das ist die LKW, das ist die LKW. 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 Das ist die LKW, das ist die LKW, das ist die LKW. Das ist die LKW, das ist die LKW. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum 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 nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017